An einem sonnigen Tag in einem abgelegenen Dorf im Bezirk Kamtschatka verbreitete sich die Nachricht über eine eigenartige Sichtung an der Küste. Die Bewohner waren erstaunt über das, was sie sahen, einen wilden Eisbären, eine völlig neue Vision für sie alle. Die Frage, die im Raum stand, war, wie kam er dorthin? Diese Tiere leben normalerweise Hunderte von Kilometern entfernt in der Arktis. Doch die Geschichte hinter dieser Begegnung war faszinierend. Während seiner Nahrungssuche geriet der Eisbär auf eine Eisscholle, die sich offenbar vom Festland gelöst hatte. Als er versuchte, zurück zum Festland zu gelangen, fand er sich von eiskaltem Wasser umgeben, ohne die Möglichkeit, die Überquerung zu wagen. Dieses Ereignis markierte den Beginn einer Reise, die das Leben dieses jungen Raubtiers verändern würde. Nach mehreren Tagen endete er in einem völlig unbekannten Land. Die Entfernung war beachtlich, 450 Meilen von seinem Zuhause entfernt. Als er das Dorf erreichte und die Küste erreichte, war seine einzige Sorge die Nahrungssuche. Er versuchte zu graben, aber ohne Erfolg. Dieses Land war nicht nur fremd, sondern auch außergewöhnlich warm. Zunächst vermied er es, sich dem Dorf zu nähern. Seine scharfen Sinne fingen die entfernten Geräusche des alltäglichen Treibens der Menschen auf, aber angetrieben von Hunger und Erschöpfung suchte dieses Tier Hilfe. Er nährte sich einem nahegelegenen Gebäude, ohne zu wissen, dass es die Polizeistation des Dorfes war. Erschöpft nach der langen Reise legte er sich dorthin, mit einem traurigen und hilflosen Ausdruck, als fliehe er um Hilfe. Es dauerte nicht lange, bis die örtliche Polizei auf die ungewöhnliche Anwesenheit aufmerksam wurde. Einer der Beamten löste Alarm aus, und zwei von ihnen nährten sich vorsichtig, um das Tier zu untersuchen. Besorgt beobachteten sie aus der Ferne, um es nicht zu erschrecken. Neben der Überraschung bemerkten sie etwas Schlimmes, der Bär hatte eine schwere Verletzung an der Vorderpfote. Die Polizisten entschieden, dem Bären zu helfen, und kontaktierten die örtlichen Wildtierbehörden, die schnell handelten. Sie behandelten die Verletzung und gewährten dem Tier die notwendige Ruhe. Von den Einheimischen wurde er als Unkar getauft, und er wurde im Dorf berühmt. Er bekam eine Vielzahl von Fischen und Delikatessen, obwohl er wenig aß. Trotz der Freundlichkeit war offensichtlich, dass er darauf brannte, nach Hause zurückzukehren, und wurde sogar zur Attraktion für Besucher aus benachbarten Dörfern. Experten wurden konsultiert dem Schluss, dass Unkar in Kamtschatka nicht überleben würde und dringend in seine ursprüngliche Umgebung zurückkehren musste. Aber wie sollte das geschehen? Der Bär war desorientiert und konnte alleine nicht den Weg zurückfinden. Die Situation schien aussichtslos. Wladimir Gordjenko, Leiter der staatlichen Jagdaufsichtsbehörde in der regionalen Wildschutzbehörde, erklärte, dass Eisbären manchmal unfreiwillig mit Eisschollen vom Festland weggeführt werden. Leider schaffen sie es selten nach Hause zurück oder finden Nahrung in der neuen Umgebung. Für Gäste wie Unkar war die Überlebenschance nach einer solchen unfreiwilligen Versetzung minimal. Dennoch waren die Menschen entschlossen zu helfen. Der Gouverneur der Region, Wladimir Iyukin, bat den Minister für Notfälle, Yevgenizinichev, um einen Hubschrauber, um Unkar in sein Heimatgebiet zurückzubringen. Ein spezieller Transportkäfig wurde für das Tier gebaut. Diese Manöver waren zuvor noch nie durchgeführt worden und stellten eine große Herausforderung für alle Beteiligten dar. Vor dem Flug betäubten die Experten den Bären, um seine Sicherheit während des Transports zu gewährleisten. Der betäubte Bär wurde in den speziellen Käfig gelegt und in den Hubschrauber geladen. Die Bewohner applaudierten, als die Beamten mit Unkar abflogen. Doch niemand konnte voraussehen, was während des Fluges passieren würde. Die Reise war anstrengend und die Anspannung unter den Besatzungsmitgliedern war spürbar, als plötzlich etwas Unerwartetes geschah. Ein Geräusch im Käfig weckte den Eisbären auf. Alle blieben wachsam und vermieden abrupte Bewegungen, um das Tier nicht zu erschrecken. Die Besorgnis war offensichtlich, in der Befürchtung, dass der Bär versuchen würde, den Käfig zu zerbrechen oder den Hubschrauber zu erschüttern und damit die Mission und die Menschen an Bord zu gefährden. Glücklicherweise schien der Bär den Zweck der Menschen zu verstehen. Zu aller Erleichterung blieb er ruhig im Käfig und beobachtete sie mit seinen dunklen Augen. Der Flug verlief ohne Zwischenfälle bis zum endgültigen Ziel, wo er freigelassen werden würde. Nach der Landung öffneten sie die Tür des Käfigs und ermutigten Unkar, herauszukommen. Der Bär zögerte kurz und machte sich dann auf den Weg in seine natürliche Umgebung. Die Mission war ein großer Erfolg und schließlich kehrte Unkar in sein gewohntes Zuhause zurück. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren zu dieser Geschichte und bis zum nächsten Video.